hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play together 5 ja heute ja bei unser baller borger so der spaz so machen wir müssen noch zwei von diesen stellungen ausschalten ja nicht denn hier ist das denn gift hat man hätte auch schief drei machen können wie geil ist das denn die eigene medizin geschluckt mp 40 oder vorne machen sie wieder auge aus ist mir das nächste sozusagen immer querfeld ein war sprengen die beiden sachen noch mal eben scharf schützen die mütze vom kopf besser ist es der andere hier folgen wir dem feldweg mal hier vorne das hier schon die zweite stellung ausgeschaltet sucht gerade sprengsätze teller miene kommt aber hier ist der sprengsatz und ein großes feuerwerk das wieder eingesehen feinde mal in die jagt ach da schon wieder einer am gucken so das ist platze hier ist auch noch mal oh ja der auch der schönen scheiter gehabt dass er das gesehen das ist nicht mal auge machen das ding muss ja vorne wahrscheinlich liegen das muss hier irgendwo liegen da liegt sie doch schon kommen wir ja dann gibt ihm wir brauchen eine zündende lösung ich habe da was ja wie wäre es hier mit die lonte brennt um mal drüber zu dir die erste geplündert das erste ziel wäre abgeschlossen jetzt haben wir denn hier vorne scharf schützen töten das soweit für dich mit dem glockenturm 100 prozent da unten sitzt einer er meint er hätte was gesehen die wange durch oder oben was eingekriegt sagt zwei von drei ein noch so noch mal so ein dach kaputt da sehe ich aber nur los wir haben so ein vogel runter geholt gehen wir hier zur brücke vor so vitamin ins wasser gelegt guck mal kannst du das flugzeug laufen guck feinde machen die jahre es ist es ist es 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 er mich gerade nicht gesehen hat hier oben da muss ich irgendwo noch in der türme hocken ob ich das seine türme hockt irgendwo im fenster die hat er sich durch den kopf gehen lassen da vorne sitzt irgendwo was hat mich was gesehen er behauptet es zumindest wenn man denn da schloss knacken hier ist was hinter bin ich ja mal gespannt was die hier haben hier saß wahrscheinlich einer drinnen nicht gewähr munition und schon fündig geworden ich denke mal dass wir eben im glockenturm drin sitzt dann macht doch schon wieder einer auge nein warte uwe warte 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 die kaufe ich mir vorsicht 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 letztes oder auch nicht die vorweg augenschutz augenschutz auch die gucken die haben es immer kommen sehen ja das drücken bis nur für Linse kleiner komm her hab ich mich jetzt erschrocken guck mal ob ich in den glockenturm rein kann wir haben noch was vergessen wir haben noch was vergessen ein haben wir nicht hier ist auch hier hinten die drei verteidigungsanlagen gehen wir mal gleich hin rennt ja nicht mehr weg das ding ich gehe mal eben dahinten da noch ein stück zurück wir haben immer eben auch den turm nach vorstellen dass man nicht durch das wasser muss ich hier über die brücke gehen bei den scharfschützen hast du hier oben erwischt das ist gut au 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 ich will ja uberleiten am ballern den letzten sniper sehe ich hier nicht immer hier entlang achten scheiße hoch 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 so nix gut aber hab ich hier marzis im lauf oder was kommt mir manchmal echt so vor als würden wir mit marzipan schießen ich bin gleich da ich bin gleich da auch nicht mehr lange dann will ich eben den Schalter da ausschalten kann man denn da vorne vergessen drei verteidigungsanlagen müssen wir aussagen eine hasenpfote hier war doch auch noch was hier ist noch was hat sich erledigt ufe hier steht noch ein panzer ne ich glaube wir mussten hier oben in den turm rein hier ist noch was hat sich erledigt ufe hier steht noch ein panzer ne der panzer macht gerade richtig auge hast du ein kleiner fahrpanzer wa genau oder hoch das ding aber schon ab kann ich nie im leben was dran setzen die gerätschapte hat auf jeden fall bock auf uns ja das finde ich eigentlich schade die haben beim beim letzten teil so geht doch da konntest du da den fahrer drin ausschalten durch den schlitz alter was ist das denn für eine bombe wo kommt denn das rein guck mal hier ja das ist mal ein ding in die aber das müssen wir mitnehmen können für den nächsten panzer ja so jetzt müssen wir nur noch hier die dings finden die von stadion anlage das eine war wie gesagt der panzer den wir kaputt machen mussten das heißt hier muss noch irgendwas eine idee wir müssen eben noch die dings ausschalten denn berichtstange ist gut ach ja da ist es doch sehr gut so war oben was am abreißen war holprige landung die ganzen funkgeräte hier kaputt schießen da siehste so das hätten wir fertig renaissance versteck was haben wir denn da lass doch mal hingehen da gibt es bestimmt was umsonst ja so ich bin da was habt ihr da schönes für mich ich glaube wir müssen wir hin wenn es zu ende ist ne hier geht es nämlich nicht weiter ne geht nicht weiter ja dann da müssen wir dann raus jetzt müssen wir erstmal die verteidigungsanlage gucken wir erstmal wo der heckenschütze da sitzt höhten akuba der sitzt hier oben drin der wird uns angezeigt ne ach so wer ist das da oben warte 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 da wird einer sprengung unterzogen der richtigen das wird knallen mein freund wer jetzt schön gewesen wird er da oben aus dem finster geflogen habe ich eigentlich drauf gehofft dass da wie so ein anstand daraus macht wir mal aber nicht so so einen richtig schönen körper den hätte ich jetzt aber hätte ich nicht mit gerechnet dass wir den da oben suchen müssen den ersten scharfschützen hast du wahrscheinlich oben im glockenturm ausgeschlossen na ja das war der erste oder vorne gibt es noch was haben wir denn da ich würde sagen wir machen wir als nächstes da hinten war da wo du jetzt eine richtung bist da gibt es auch gut positionen da haben die schöne große kisten stehen wir haben die richtige türme stehen und wenn man ganzes lager ausräuchern müssen die türme scheint ein bisschen leer zu sein dass ich noch untergeballert das ist mir ein bisschen zu ruhig wenn du das so ist oder die sind vorhin schon alle ausgerückt aber kann ich mir nicht vorstellen solche lager da wimmelt es doch normalerweise aber da ganz hinten kommt ein fragezeichen hoch da haben sie einen toten gefunden hier mal kurz hier rein hier baracken hier schlafen die glatzen hier waschen sie sich da scheißen sie hast du wieder was gesehen das ist noch ein aber da oben kommt noch einer kaufallerie ja ja ich komme darunter gelaufen das waren so nach zu kämpfen So, da müssen wir was entschärfen, wa? Geben wir mal Deckung. Ja, da unten die Brücke. Genau. Das ist mal ein Springsatz. Die letzten Wolken muss krachen lassen. Keine halben Sachen. So, was haben wir denn da oben noch? Wir könnten die Typen jetzt da hinten noch ausschalten oder direkt durchgehen. Aber ich würde sagen, komm, die vier Leute da hinten holen wir uns noch mal. Ja, wir wollen auch noch so eine große Munitionskiste. Ba, 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 wo steht die denn? Oh, geile Sache. Ach, dem kam das ganze Auge raus. Wahre Debel. Der ist höflich, der nimmt den Hut ab. Das ist klar, wir kriegen ja gleich Gesellschaft. Das ist klar, wir kriegen ja gleich Gesellschaft. Ach, du Scheiße. Da waren ein paar mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Deswegen, halte ich mal bedeckt, das sind bestimmt zehn Leute. Und dann, wollten wir dir die ganze Fragezeichen holen? Ja, ich war neugierig. Das sind die ganzen Leute, die da im Lager gewesen sind. Ich seh jetzt gekriegt, ja. Küss mir den Sack, ey. Erstmal was zu finden. Ah, so. Jam, jam, jam. Respawn. Doch, die ganze Kinnlade runter. Da kommt noch einer. Gliedmaßentreffer. Hat sich ausgegliedert für dich. Verwandt hier zwischen. Da kommt noch einer. Doch, doch, doch. Hinter den großen Baum. Rechte Seite. Fall mal linke Seite im Auge, guck mal auf den Baum. Guck mal auf den Baum, der kommt da gleich hinter. Naja, ich seh ihn. Sehr schön, den hast du erwischt. Komm, die restlichen holen wir uns jetzt auch noch. Bisschen schnüffeln, man weiß ja nie, was die alle dabei haben. Anza-Schokolade. Ein ehemaliger Kollege von mir, der kam unten aus der Schweiz und ist da beim Militär gewesen. So, und der hatte mir alle paar Monate, ich sag mal, wenn der da irgendwie unterwegs gewesen ist, von dort aus Schokolade nach Deutschland geschickt. Also, die war richtig geil. Tublerone? Die hat übrigens genauso geschmeckt, die Tublerone. Nee, aber das war ganz normale Panzerschokolade. Ja, hat's ja auch hiermit. Alle schon weggerotzt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ah, hier hast du noch ein paar Dokumente vergessen. Ach, ist ja ein Ding. Komm, dann plünder mal das ganze Gebäude nochmal. Da gibt's bestimmt was umsonst. Bing, bing. Der ratert oder eins vor? Ja, hier oben waren doch auch noch Munition. Abendgleich brauchen. Lieber einstecken. Ein Mantelgeschoss. Das war alles. So, da würde ich sagen, machen wir den Rest der nächsten Episode. Ich frag mich echt, in was sie da Dinge in die Akku war. Die stecken sich oben drauf. Aha. Na gut. Lieber es oben drauf. Guck mal, die werden hier oben drauf gestülpt. Über so ein Luftgewehr. Siehst du das hier vorne, der Kopf? Hä? Ich hab mich schon gewundert, wie groß das Ding sein muss da. Dass du das Ding da reinstecken kannst. Aber gut. So, meine Freunde. Leider, ähnere Spielze nach heute wieder. Wie so eine Gewehrgranate, bloß für die Kanone. Ja, ja, klar. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, leider, ähnere Spielze nach heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together. Sniper Elite 5. Es bleibt spannend. Bis die Tage. Bis die Tage.